Das war nur ein böser Traum. Ich hab's schon wieder gehört. Keine Albträume mehr heut Nacht. Okay, Buddy? Betty! Langsam wird's lächerlich. Das ist ein altes Haus. Da gibt es ab und an Nachtsgeräusche. Peter hat das gemalt? Ja, ist mit ihm alles in Ordnung? Peter hat eine blühende Fantasie. Keine Albträume mehr. Nie wieder. Verspreche es. Weißt du, ich hätte gern mit jemandem über die Dinge gesprochen, die in meinem Haus passiert sind. Mom! Mom? Peter. Wenn man seine Familie schützen will, muss man bereit sein, gewisse Entscheidungen zu treffen. Was ist das? Das Klopfen. Peter! Peter! Hör auf! Es reicht! Hier unten hörst du nichts mehr, Peter. Du hast eine lebhafte Fantasie. Die wird dich noch in Schwierigkeiten bringen. Was? Puh! Was? 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 Vielen Dank.